Cyber Security Bedrohungen sind allgegenwärtig. Die meisten Bedrohungen können durch die Sicherheitsmechanismen moderner Fahrzeuge abgewährt werden. Doch das Risiko für einen erfolgreichen Angriff bleibt. Da moderne Fahrzeuge immer stärker von Software abhängig sind, muss ein solches Szenario bedacht und im Idealfall verhindert werden. Besonders wichtig ist dies bei Systemen für automatisiertes und assistiertes Fahren, bei denen ein erfolgreicher Angriff schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Wird ein Fahrzeug oder Prozess zum Ziel eines Angriffs, muss sichergestellt sein, dass dies rasch erkannt wird. Die Überwachung der Datenströme im Fahrzeug kann Anomalien schnell sichtbar machen und Schwachstellen offenlegen. Nach einer detaillierten Analyse der entdeckten Sicherheitslücke kann ein Patch entwickelt werden, um diese zu schließen. Sobald der Patch getestet und freigegeben wurde, kann er als Over-the-Air-Update schnell an die gesamte Flotte verteilt werden. Die Sicherheit eines Fahrzeugs über seine gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten, ist eine große Herausforderung. Bosch unterstützt seine Kunden mit Softwarewartungsverträgen und Lösungen für Over-the-Air-Updates, um Sicherheitslücken rasch zu schließen. Indem wir Cyber Security zum zentralen Thema machen, schaffen wir mehr Sicherheit für die Zukunft. Der KMN Bosch KMN 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 Untertitelung des ZDF, 2020